Es geht in dieser Studie um die Frage, wie das Virus aussieht, das in so einem Patienten unterwegs ist. Ich sage das Virus so, wie man das auch benutzt, als ein nicht wirklich zählbarer Begriff. So wie das Geld. Es kann in einer bestimmten Wirtschaftssituation viel Geld im Umlauf sein. So sagen wir auch, in der Infektion ist viel Virus im Umlauf. Wenn ich jetzt sage, das Virus, das da in einem Patienten ist, dann meine ich damit eine undefinierbare Wolke. Also eine Population, können wir auch sagen. Jedes Virus hat ein vollständiges Genom. Wenn wir jetzt aber eine ganze Population von Viren nehmen, die ja in so einem Patienten vorkommt. Man hat ja eine dynamische Situation. Man kann wenige einzelne Viren haben am Anfang. Und dann wird das immer mehr. Dann kann man versuchen, das zu analysieren. Und was dabei passiert, ist, man sequenziert das Ganze. Und in dieser Sequenzanalyse kann man aber nicht so ohne weiteres die einzelnen Viren auseinanderhalten. Sondern man kriegt doch so etwas wie eine Summe aller Sequenzen. Und daraus muss man jetzt Sinn machen. Also man kriegt eine große Zusammenstellung von einzelnen Sequenzierabschnitten, die die Population des Virus beschreiben. Ich glaube, wir können schon sagen, wie sich die Wissenschaftler hier eigentlich an das Problem angenähert haben. Also zunächst mal haben sie sich einzelne bestimmte Mutationen angeschaut, die in diesen Viren vorkommen. Und was sie sich da angeschaut haben, ist, ob das Virus die Gewohnheit hat, an einer bestimmten Stelle eine Mutation zu akquirieren. Und zwar verschiedene Viruslinien unabhängig voneinander. In verschiedenen Patienten auch. Ja, genau. Und da sprechen wir also in der Evolution von einer sogenannten Konvergenz. Also ein Merkmal, das entsteht, weil es sinnvoll ist für die Viren. Egal, ob diese Viruslinien miteinander verwandt sind oder nicht. Etwas, das man eben jetzt in der Frühphase dieser Epidemie beobachtet. Und das hat man erst mal charakterisiert und ausgeschlossen. Und jetzt arbeitet man mit Mutationen, die nicht durch diese Konvergenz entstehen. Sondern Mutationen, die eigentlich eher Merkmalgeber sind für voneinander unabhängige Linien des Evolutionsstammbaumes dieser noch jungen Diversität von SARS-2-Viren. Also wir sehen ja im Moment gehen die Viren schon in der Evolution ein bisschen auseinander. Die differenzieren sich schon. Und wir haben jetzt hier einen Fokus auf Mutationen, die diese unterschiedlichen Äste des gerade entstehenden jungen Baums, Stammbaums schon unterscheiden. Und jetzt hat man sich diese Merkmale angeschaut in Patienten. Und man hat hier so eine Grundgruppe von Patienten, und zwar Patienten, die in Oxford und in einem ungefähr 60 Kilometer entfernten Ort Basingstoke, ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Ich glaube, ja. Okay, auftreten und hat also jetzt geschaut, was haben eigentlich die Viren, die in diesem Cluster, also Oxford und Basingstoke ist immer noch nah beieinander. Man kann davon ausgehen, diese Leute haben vielleicht hier und da auch mal so ein bisschen Kontakt noch miteinander. Was unterscheidet die von Personen, die in Wales und Schottland auch beprobt worden sind? Das Ganze basiert hier übrigens auf ungefähr 405 vollen Virusgenomen, die hier ausgewertet worden sind, die gesamte Studie. Und wenn man noch weiter rein fokussiert, wie ist das mit den Viren speziell in Oxford und in Basingstoke? So, und jetzt kann man erst mal schauen, wie diese Merkmale gemeinsam vorkommen. Und da hat man einen relativ interessanten Befund. Es gibt Merkmale, die haben eine unterschiedliche Häufigkeit. Aber man hat vier Merkmale herausgenommen aus der Genanalyse, die am häufigsten vorkommen. Und man hat in den 405 Sequenzen nachgeschaut und hat gesehen, bei 87 von diesen Sequenzen, das sind 87 Personen, kommen diese vier häufigsten Merkmale alle zusammen vor. Und bei 78 kommt keines dieser vier häufigsten Merkmale zusammen vor. Das heißt, wir haben hier schon eine sehr starke Kopplung dieser Merkmale aneinander. Die sind entweder alle auf einmal da oder sind gar nicht da. Dazwischen, also 87 plus 78 sind natürlich nicht 405. Dazwischen ist technisches und genetisches Hintergrundrauschen. Also man kann daraus wenig quantitativen Sinn machen, weil es viele Störfaktoren gibt. Aber es ist auffällig, dass dieses ganz-oder-gar-nicht-Phänomen in einer so hohen Anzahl von Patienten hier vorkommt. Dann ist man weitergegangen und hat geschaut, wie sich eigentlich die Verteilung von solchen definierenden Merkmalen innerhalb von einem einzelnen Patienten unterscheidet. Und das ist sehr interessant. Und wenn ich jetzt von einem Merkmal spreche, dann meine ich damit Stellen im Virusgenom, die man finden kann, die unterschiedlich ausgeprägt sind innerhalb von einem einzelnen Patienten. Also abgekürzt heißt dieses Merkmal ein intraindividuell vorkommender Einzelnukleotidpolymorphismus. Also Single Nucleotide Polymorphism, SNIP. Das ist ein einfacher Begriff. Das ist also so eine Stelle im Genom, die sich unterscheidet. Und hier jetzt im Spezialfall, die sich unterscheidet innerhalb der Viruspopulation, die in einem einzelnen Patienten vorkommt. Und um jetzt noch mal auf die Zahl von vorhin zurückzugehen. 87 von 405 Patienten haben an den vier selben Stellen Variationen in ihren Viruspopulationen. Und 78 andere haben an keiner einzigen dieser Stellen irgendwelche Virusvariationen in ihren Virusgenomen. Das war also der auffällige Eingangsbefund. Ist das etwas, das Sie überrascht? Das überrascht mich, ja. Warum? Es überrascht mich deshalb, weil es auf etwas hindeutet, dass ich als Virologe in diesen Daten dann schon erahne, dass wir aber noch vielleicht besser entwickeln müssen jetzt in der Besprechung. Geduld. Aber worauf ich, ich kann auch einfach sagen, ich kann die Spannung auch einfach auflösen. Nein, leiten Sie es uns bitte her. Okay, gut. Wir gehen also weiter. Wir schauen jetzt mal, wie das geografisch sich unterschiedlich verteilt. Und was wir sehen ist, wir haben 31 Beispiele von solchen Stellen im Genom, die also unterschiedlich ausgeprägt sind, die in Patienten unterschiedlich ausgeprägt sind, die in Oxford beprobt wurden. Und zwei andere Stellen, das sind andere Stellen, die sind häufiger variabel in Basingstoke, in dem anderen Ort. Das heißt, um es noch mal in einfache Worte zu fassen, die Viren in Oxford sind an anderen Stellen unterschiedlich innerhalb von einem einzelnen Patienten als in Basingstoke. Also es gibt solche Fälle von Patienten, die in sich an denselben Stellen des Virus Unterschiedlichkeiten haben. Und die sind in Oxford übereinstimmend. Und dann gibt es andere Stellen, die sind in Basingstoke übereinstimmend. Das müsste doch eigentlich toll sein aus Sicht des Virologen, wenn man so ein Genom sequenziert, zu sagen, ich kann hier geografische Zuordnungen machen, den Weg des Virus nachvollziehen. Ja, genau, also das kann man im Prinzip schon machen. Nur da kann man sich täuschen. Es gibt hier zwei Dinge und das können wir jetzt von diesen komplizierten individuellen Snips mal auch loslösen und das allgemein mal erklären. Es gibt zwei Dinge, die passieren können. Das eine ist, Viren sind geografisch strukturiert und das andere ist, Viren sind phylogenetisch strukturiert. Also wir nehmen uns zwei verschiedene Proben von Viren, zwei Genome und vergleichen die. Dann kann es einfach daher kommen, dass sie örtlich nah beieinander liegen oder es kann daher kommen, dass sie tatsächlich auf einem Stammbaum auseinanderentwickelt sind. Also eine Eigenschaft, die kann in zwei Genomen gleich sein, auch wenn diese zwei Genome eigentlich nicht miteinander sehr nah verwandt sind. Und das kann daher kommen, dass vor kurzem sich diese zwei eigentlich getrennten genetischen Linien an Ort und Stelle der Beobachtung durchmischt haben. Also die Frage, die hier eigentlich im Hintergrund steht, ist, sagt der Ort voraus, dass zwei Viren verwandt sind oder sagt der phylogenetische Stammbaum voraus, dass zwei Viren verwandt sind? Also ein Virus A hat an Zellstelle 5000 des Genoms ein Nukleotid A und das wird immer nach zwei Wochen zu einem Nukleotid T werden. Aus irgendeinem Grund, den wir jetzt gar nicht verstehen müssen. Das ist nur eine Beobachtung. Das stellt sich immer ein. Aber das stellt sich nur bei diesem Virus an diesem Ast des Stammbaums ein. Ein Virus, das auf dem anderen Ast des Stammbaums steht, hat diese Eigenschaft nicht. Diese Tendenz, an dieser Stelle eine Mutation zu machen. Und für die Erklärung dieser Variabilität ist das wichtig. Denn wir müssen uns jetzt fragen, ist an dieser Stelle jetzt in diesem Patienten diese Variabilität entstanden? Einfach nur, weil der Patient dieses Virus hat von diesem Ast des Stammbaums und nicht das andere. Also ist das alleine eine Viruseigenschaft? Oder ist es eine andere Eigenschaft, nämlich eine geografische? Und die Antwort ist bisher jetzt schon gegeben. Es ist keine Viruseigenschaft, denn das ist nicht phylogenetisch strukturiert, dieses Merkmal. Sondern das ist offenbar geografisch strukturiert. Denn in Oxford gibt es ja dieselben Übereinstimmungen, was den Ort angeht, was die Platzierung der Variabilität im Genom angeht. Und die ist unterschiedlich von den Stellen, wo dasselbe Phänomen passiert, Basingstoke oder in Patienten von Basingstoke. Und jetzt ist man noch mal weitergegangen und hat sich Beispielszenarien angeschaut und hat interessante Beobachtungen gemacht. Und zwar bei drei Patienten aus Basingstoke, bei den Viren daraus, ist die Hälfte aller solcher i-snip-Sites, also aller Sites, die innerhalb einer Viruspopulation in einem Patienten variabel sind, auf die gleiche Art und Weise variabel. Und es stellt sich raus, das sind Proben von drei Arbeitskollegen, die an zwei aufeinanderfolgenden Tagen beprobt worden sind. Und man hat ein ähnliches Beispiel noch gefunden, in drei Proben aus ein und demselben Krankenhaus in Oxford, wo auch die Patienten an ganz eng aufeinanderliegenden Tagen beprobt wurden. Könnte sein, dass das zum Beispiel im Krankenhaus übertragen wurde. Und noch mal bei einem Paar aus Oxford, das sind dann eben dementsprechend zwei Proben, wo dasselbe Phänomen aufgetreten ist. Und jetzt hat man das generalisiert. Also nachdem man diese interessante Einzelbeobachtung gemacht hat, hat man noch mal generalisiert und hat bei all den Proben aus der ganzen Studie, also auch noch zusätzlich Proben aus Schottland und Wales, iSnip-Varianten angeschaut, die in mehr als zwei Prozent aller Untersuchten auftreten. Und hat drei interessante und stark gekoppelte iSnips untersucht. Wenn wir das alles jetzt zusammenfassen, das ist jetzt also die große Auflösung des Rätsels. Die einzige sinnvolle Erklärung, die hier noch bleibt, ist, dass diese Patienten jeweils mit mindestens zwei unterschiedlichen Viren ursprungsinfiziert wurden. Und daraus sind zwei unterschiedliche Abteilungen in der Viruspopulation erwachsen. Also Sie haben sich zweimal an zwei verschiedenen Infizierten angesteckt? Genau, also ich will mal jetzt einfach nur beschreiben, die Viruspopulation, die die haben, hat nicht nur eine Farbe, sondern zwei. Okay, also stellen wir uns einfach das eine Virus grün vor und das andere rot, dann ist es eben weiterhin so, dass fast alle Patienten, die haben entweder eine rote oder eine grüne Viruspopulation. Also alle Punkte, die ein Virus darstellen in dieser Punktewolke, die sind alle entweder rot oder grün. Aber es gibt einige Patienten, die haben eine gemischte, eine bunte Punktewolke. Die haben ganz viele rote Punkte und dann aber auch einen ganzen Anteil grüner Punkt. Und umgekehrt. Also es gibt diese bunten Patienten und das ist erst mal ein Zeichen einer Infektion, einer gemischten Viruspopulation. Das haben wir übrigens auch in unserer damaligen Untersuchung an der Webasto-Kohorte in München schon gesehen. Der eine Fall dort. Eine Patientin hatten Sie erwähnt. Genau, da hatten wir das mal besprochen. Da gab es im Rachen ein anderes Virus als in der Lunge. Das ist also in der gesamten Patientin dann eine gemischte Viruspopulation. Und das scheint aber doch häufiger vorzukommen, als man das jetzt so gedacht hat. Also hier in diesem Fall haben wir das bei der Gesamtuntersuchung, also in dem großen Datensatz, bei 20 von 1.446 Genomen gefunden. Und zwar in einer ganz starken Ausprägung, sodass es so richtig auffällig war. Und es kommt aber wahrscheinlich in noch mehr Virusgenomen vor, wo es eben nicht so auffällig ist. Also dieses Phänomen ist nicht selten, dass es diese gemischten Viruspopulationen gibt. Und das kann auf zwei Arten entstehen. Das Naheliegende ist, ich bekomme in meiner Infektion erst ein Virus ab und dann hinterher noch ein zweites Virus, eine Überinfektion. Ich kriege also eine zusätzliche Infektion. Nur nach dem, was wir vorhin besprochen haben, also die Nasenschleimhaut und das Zeitfenster bis zur Interferonabwehr. Wie wahrscheinlich ist das denn, dass ich mir jetzt eine Infektion hole und dann habe ich noch für ein paar Stunden bis vielleicht anderthalb Tagen die Gelegenheit, noch eine zweite Infektion zu kriegen. Das ist ja alles andere als wahrscheinlich. Und jetzt ist es interessant. Und das ist jetzt das wirklich Interessante. Wir haben ja hier sogar schon uns selber die Erklärung geliefert. Wir haben hier die Arbeitskollegen in Basingstoke und wir haben die drei Krankenhauspatienten aus Oxford und wir haben das Paar aus Oxford. wo jeweils nicht nur in einem Patienten das zusätzlich entstanden ist, sondern in einer ganzen Gruppe von Patienten, die sich aneinander infiziert haben, also eine Übertragungskette sind. Mit anderen Worten, es muss so sein, dass die gesamte bunte Viruspopulation weitergegeben wurde. Dass doch diese Patienten, die sich hier infiziert haben, mindestens zwei verschiedene Viren abbekommen haben müssen. Ein rotes und ein grünes. Und das scheint gar nicht so selten vorzukommen bei diesem Virus. Ich wage mich mal ein bisschen vor. Das Virus, wenn es mutiert, will sich ja optimieren, will sein Überleben sichern. Das ist das einzige Ziel, das so ein Virus hat, wenn man das so vereinfacht sagen kann. Wenn es nun so verschiedene Varianten gibt, die offenbar gleichberechtigt nebeneinander weiter existieren, ist das eine gute Nachricht aus unserer Sicht? Aus unserer Sicht ist das eine ziemlich schlechte Nachricht. Eine schlechte Nachricht. Das heißt, das Virus optimiert sich auf mehreren Ebenen. Ja, also erst mal der Grundbefund hier ist, es gibt offenbar Patienten, die ihre Infektion bekommen mit einer höheren Infektionsdosis als nur einer infektiösen Einheit. Und das scheint auch nicht so selten zu sein bei dieser Virusinfektion. Und wir sprechen hier jetzt aus einer evolutionsbiologischen Sicht davon, dass wir eine relativ große Bottleneck-Size haben, also die Weite eines Flaschenhalses. Wir können uns, wenn wir uns solche Infektionsübertragungsvorgänge als Populationen von Viren vorstellen, dann gehen diese Populationen durch einen Engpass im Übertragungsereignis. Also ich habe in meiner Nase oder meinem Hals ganz viel Virus. Eine infektiöse Einheit davon geht auf jemand anderen über und dort wächst dieses eine Virus wieder zu einer großen Population heran. Das heißt, diese Population ist durch einen Flaschenhals gegangen, durch eine Einengung, in der die Populationsgröße zwischendurch im Infektionsereignis eins war, also ein Virus war da nur. Und diese Einengung der Populationsgröße kommt gleich mit einer Verringerung der effektiven Populationsgröße auf lange Sicht bei diesem Virus. Und eine kleine Population hat wenig Mutationsmöglichkeiten gegenüber einer großen Population, wenn es da um adaptive Mutationen geht. Also um Mutationen, die auch einen Sinn machen für das Virus. Aber ganz prinzipiell ist es eben so, ein Virus, das immer durch einen engen Populationsbottleneck geht, muss kämpfen gegen Mutationen, die dem Virus eigentlich nicht dienlich sind. Wir sprechen da von genetischer Drift. Das besagt einfach, wenn eine Mutation irgendwo in einem Genom stattfindet, dann ist das erst mal mit größerer Wahrscheinlichkeit schlecht als gut für den Organismus. Und ein solches Zufallsereignis, eine Zufallsmutation, die in einer sich ausgedehnten Population am Ende des Ausdehnungsvorgangs vorliegt, da sind viele Zufallsmutanten dabei. Und die sind mit größerer Wahrscheinlichkeit schlecht als gut. Und wenn wir jetzt nur eine infektiöse Einheit uns ziehen aus dieser großen Lostrommel, dann kann es sein, dass das Virus, was da übertragen wird, eine Mutante ist. Und diese Mutante ist wahrscheinlich nicht zweckdienlich. Und das führt zum Todlaufen der Infektion. Also ich kriege ein kaputtes Virus ab und ich werde gar nicht richtig infiziert. Das passiert eher bei einer engen Bottleneck-Size. Bei einer weiten Bottleneck-Size, also bei einer größeren übertragenen Virusdosis im Durchschnitt im Infektionsereignis, werde ich zusätzlich zu diesem zufällig wegmutierten Virus auch immer den Wildtyp mit abbekommen. Also auch immer ein fittes Virus. Und dieser Bremseffekt, der inhärent ist bei so einer Infektion mit einer Bottleneck-Size von eins, der kommt dann nicht mehr zum Tragen. Das ist erst mal nicht so gut, was das Bleiben dieser Infektion angeht. Das ist ja die eine Ebene, was das Bleiben der Infektion angeht. Also kann das Virus immer weiter überleben. Und die andere Frage, die dahinter steht, ist auch, verändern sich die Eigenschaften des Virus? Richtig, genau. Die Krankheiten. Richtig, genau. Also da kommt jetzt noch mal etwas anderes dazu. Und zwar diese Viren, die sich so vermehren in der Zelle. Also aus einem Virus werden viele Nachfolgeviren, aber die stammen alle direkt von diesem einen Virus ab. Die können sich eigentlich nur durch langsam aufeinander aufbauende Mutationen wirklich verändern. Häufig ist es in der Evolution so, dass eine Mutation keinen Unterschied macht. Und erst die Summe von drei, vier oder fünf Mutationen, die macht auf einmal eine große phänotypische Veränderung, also in der Gestalt und Erscheinungsform und in dem Verhalten eines solchen Virus aus. Und dafür, dass diese verschiedenen Mutationen zusammenkommen, braucht es eben in einem Virus, das nur einen Vorwärts-Mutationsvorgang macht. Also eine Mutation ist da und in der nächsten Generation kommt noch eine andere dazu und in der übernächsten noch eine dazu. Und erst nach fünf Generationen schlägt das durch und hat dann das entstandene Virus einen Selektionsvorteil und vermehrt sich schneller als die Konkurrenz in derselben Population. Wie sollen eigentlich diese fünf Mutationen zusammenkommen, wo doch die ersten vier eigentlich gar keinen Vorteil für das Virus bilden? Das heißt, die kommen gar nicht zusammen. Das heißt, das Virus bleibt stabil. Das Virus wird gar nicht gefährlicher oder besser übertragbar oder kränker machend, weil eben natürlich die Evolution ja keine Antizipation in sich trägt. Die Evolution weiß nicht, dass nach fünf Mutationen plötzlich das Virus anders ist und denkt sich jetzt aber mal los. Also niemand denkt sich da was. Das sind ja alles nur statistische, stochastische Prozesse. Ein Selbstzweck erst mal. Genau. Also dahinter ist keine Vorsehung. Das ist einfach Evolution. Das passiert einfach. Und jetzt gibt es etwas, das Organismen im Laufe ihrer Evolutionsgeschichte zugute gekommen ist, was das Zusammenfügen von nützlichen Mutationen angeht. Also wir können uns vorstellen, in einer Untereinheit einer Population entstehen ein oder zwei Mutationen, die für sich genommen noch nicht nützlich sind. Und in einer anderen Untereinheit der Population entstehen zwei andere Mutationen, die für sich genommen auch nicht nützlich sind. Aber wenn man die zusammensteckt in einem Nachkommenorganismus, dann geht das auf einmal ab. Dann ist das auf einmal ein Riesenselektionsvorteil für diesen neuen Organismus, der jetzt die zusammengekoppelten Mutationen hat. Und dieses Zusammenstecken der Mutationen, das ist Rekombination, also das sich überkreuzen und zusammenschmelzen von Genomen. Also die Viren können auch miteinander rekombinieren, auch aus parallel laufenden Populationszweigen. Wenn diese Populationszweige denn vorhanden sind und in mehreren Patienten hintereinander der Evolution zur Selektion angeboten werden. Also sprich, so ein Virus, worauf wird das optimiert in der Evolution? Auf Übertragbarkeit. Zum Beispiel darauf hin, dass es höhere Konzentrationen macht im Rahmen seiner Replikation. Ist das etwas, dass Sie, wenn sich die Erkenntnisse dieser Studie erhärten, dann auch so konkret befürchten? Also befürchten ist ja sehr bewertend. Ich will gar nicht sagen, wir müssen uns davor etwas fürchten. Aber ich glaube, wir sollten uns auf der Basis dieser Studie vor Augen führen, dass das hier wohl ein Virus ist, das in einer größeren Zahl von Infektionsereignissen mit einer etwas größeren Populationsgröße übertragen wird. Sodass Populationen einer gemischten Zusammensetzung über mehrere Patienten hintereinander stabil bleiben können. Und das führt dazu, dass das Virus schon eine bessere Aussicht auf Optimierung auf den Menschen hat, auf lange Sicht. Also das hat die Chance, dass es sich besser anpasst auf den Menschen, als wenn es nicht diese größeren Übertragungsdosen hätte. Und dieses Anpassen, das kann eben durch zueinander zufügen von unterschiedlichen Mutationen in unterschiedlichen Populationsabteilungen passieren. Und die phänotypischen Veränderungen, die dabei entstehen können, wären zum Beispiel, dass das Virus noch besser in der Nase repliziert und besser übertragen wird. Aber in der Nase werden wir nicht allzu krank davon. Das heißt, das Ganze wird auf lange Sicht zu einem Schnupfen, der sich für die Lunge gar nicht mehr interessiert. So etwas könnte passieren. Das wäre dann wieder eine gute Nachricht. Das wäre gut. Das wäre eine Verharmlosung dieser Erkrankung. Und zum anderen kann aber auch was anderes passieren. Wir können uns natürlich auch sagen, naja, das Virus ist ja offenbar schon auf die Nase optimiert. Das heißt, was es jetzt noch machen könnte, wäre allgemein sein Replikationsniveau steigern in allen Schleimhäuten. Und das würde dann auch wieder die Lunge mit betreffen. Und dann würde es eine schwerere Erkrankung werden. Und wie das dann am Ende wirklich kommt, da ist der Evolutionsbiologe erst mal vollkommen unemotional und betrachtet das einfach und stellt dann auch vielleicht Zusatzüberlegungen an. Also wir können uns mal eine Zusatzüberlegung machen. Wenn so ein Virus sich noch besser auf die Nase fokussiert und noch weniger uns in der Lunge krank macht, dann laufen wir vielleicht noch längere Zeit mit einer laufenden Nase durch die Gegend und fühlen uns überhaupt nicht krank. Und dann wird das Virus noch besser übertragen. Und auf Populationsebene hätte es dadurch eindeutig einen Selektionsvorteil. Also wenn wir jetzt überlegen, also das Virus optimiert sich auf die Nase und sagen wir mal, lässt die Lunge außer Acht, dann wird das ein Vorteil für das Virus sein. Im anderen Fall, wenn das Virus in seiner Evolution das allgemeine Replikationsniveau steigert, dann haut das überall so richtig rein. In der Nase, aber auch in der Lunge. Und wir fühlen uns dann schneller krank oder viel mehr von uns fühlen uns krank. Und unter dem Wissen, dass hier eine gefährliche Infektionskrankheit umgeht, werden wir dann ja auch eher zu Hause bleiben und weniger Patienten in der nächsten Generation infizieren. Und das wäre für das Virus ein Nachteil. Und jetzt werde ich wieder vom Evolutionsbiologen zum Menschen, der wieder vorsichtig optimistisch sagt, dass ich glaube, dass das einer der Treiber ist, der dazu führt, dass erfahrungsgemäß tatsächlich Virusepidemien über die Zeit harmloser werden. Also es ist nicht nur die sich einstellende Populationsimmunität, sondern es ist tatsächlich auch, wenn wir ein Virus nehmen, das ist in diesem Jahr neu gekommen. Und dann nehmen wir das Virus nach zehn Jahren oder nach fünf Jahren. Und das tun wir in ein neutrales Tiermodell rein, wo jetzt nicht sich in der Zwischenzeit eine Populationsimmunität hergestellt hat. Also ein naives, immunologisch naives. Genau. Dann sehen wir eben, da gibt es viele Beispiele dafür, dass das seit längerer Zeit zirkulierende Virus eben doch an Virulenz verloren hat. Wenn das ein gutes Tiermodell ist für den Menschen, und da kennen wir jetzt vor allem als Szenario jetzt das Frettchen bei Influenza. Also da gibt es solche Befunde. Und das wollen wir hoffen vielleicht mal, dass sich das hier für dieses Virus beim Menschen auch einstellt, zusätzlich zu der sich mit Sicherheit einstellenden Populationsimmunität. Also wie wir es drehen und wenden, das wird in jedem Fall harmloser werden, schon alleine durch die Bevölkerungsimmunität. Aber eben vielleicht spielt auch die Evolution noch eine Rolle dabei. Muss man damit rechnen, dass diese Evolution des Virus auch Auswirkungen auf die Impfstoffentwicklung hat? Also dass man den Impfstoff später möglicherweise dauernd anpassen muss, wie bei der Grippe? Also die Impfstoffentwicklung hat grundsätzlich immer sich zu kümmern, auch um die Mutationstätigkeit des Virus. Und bei der Influenza ist das ja ein notorisches Problem, dass das Virus eben, wir sagen, wegdriftet. Also das umgeht eben den Impfschutz, den der Impfstoff in der Bevölkerung vermittelt. Von Saison zu Saison oder auch mehrjährige Zyklen. Natürlich muss man sich darüber grundsätzlich auch Gedanken machen bei so einem neuen Virus. Aber so weit ist es hier noch nicht. Also die Mutationstätigkeit dieses neuen Virus ist noch so gering, dass wir fast noch Probleme haben, diese Viren überhaupt auseinanderzuhalten. Und es gibt keinerlei Hinweise momentan darauf, dass zum Beispiel im Hauptoberflächenprotein Veränderungen jetzt schon stattfinden, die den Schutz eines der Impfstoffkandidaten außer Kraft setzen würden. Also da sind wir noch lange nicht. Um so etwas zu sehen, müssten wir erst mal für mehrere Jahre, wahrscheinlich für viele Jahre, immer wieder denselben Impfstoff in einer ganz großen Bevölkerung benutzen und gleichzeitig auch das Virus in dieser Bevölkerung unterwegs haben, dass das Virus darauf reagieren würde. Wir sagen, dass es einen Selektionsdruck erfahren würde. Das Virus selber reagiert natürlich nicht. Das ist eben einfach wie die Selektion so spielt. Die Epidemie reagiert aber? Ja, die Epidemietätigkeit, das kann man schon sagen, das reagiert dann irgendwann. Aber da sind wir überhaupt nicht im Moment. Darüber müssen wir uns keine Sorgen machen. Heißt das, weil Sie eben schon sagten, die verschiedenen Impfstoffkandidaten, dass wir auch noch gar nichts darüber sagen können, ob eins der verschiedenen Prinzipien, nach denen die ja funktionieren, da im Vorteil wäre oder im Nachteil? Also wir haben natürlich Vorahnungen, welche Impfstoffkandidaten besonders gut wirken könnten. Ich will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil das nur eine der vielen Überlegungen ist, die man sich bei der ganzen Impfdiskussion machen muss. Im Moment geht es auch ganz besonders darum, welchen Impfstoff kann man eigentlich in rauen Mengen produzieren? Ja. 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 Ja.